Also ich habe ein instabiles Internet. Ich auch. Ich auch. Keine Ahnung warum. Weil bei mir bricht immer die Bildgrade zusammen. Ja. Also im OBS ist es bei mir normal, aber wenn ich auf meinen Twitch-Screen gucke, ist Feuerrot. Vollkommen instabil. Ich sehe das Bild gar nicht. Wo landen wir denn? Nein, ich habe ein instabiles Internet. Staradast und Sunny. Weil das Gute ist, ich habe mir auch den Schnäppchendrachen ausgerüstet jetzt. Schnäppchendrachen? Den Brezieren bei Biwax und den Glücks. Achso. Ich letzte Woche. Jetzt wird irgendwie noch unser Kleid von den chinesischen Westen. Was ist das? Mhm. Huam Zoum. Junger Hund und Nudeln. Äh, welchen Nudeln? Mit Reis. Junger Hund mit Reisnudeln. Oder Glasnudeln. Äh, Nudeln kann man auch falsch verstehen. Oh ja. Ja die Frage ist aber, welche Nudeln? Heute schon genudelt? Haha. Ah. Schön, ich meine Staradaster. Meine bekommt niemand. Schon wieder jemand beigetreten. Was zum Geier ist heute los? Ja, ich kann mich aber auch gar nicht kümmern. Eine ganze Familie. Alles gut. Ja, wie es ausschaut. Familie Fortnite. Ja. Ja, aber auch mit einer Runde kann ich nicht entfernen. Naja, alles gut. Äh. Äh. Ich glaub das ist zu wenig Staradaster. Boah. Alter. Das ist zu wenig. Was war das denn? Bei einer ist eine Atombombe geworden. Sie wurden geblitzt? Geblitzt. Wahrscheinlich wegen zu schnell gekommen. Äh, was? Oh, sie wurden angespritzt. Jawoll. Ich spritz mich voll. Äh. 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 Wieso denke ich jetzt gerade an seine? Äh. Äh. Ich will nicht wissen, was mir aufs Zuschauer denken. Ja, ja, ja. Äh. 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 Weil meine Zuschauer denken, wie versaut. Äh. Äh. Müssen die sein. Ziemlich spritzige Angelegenheit, ja. Ja, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der früchte Angelegenheit. Genau. Feuchtfröhliches Beisammensein. Ja, wir haben das gleich. Und ich hab jetzt wahrscheinlich, äh, für den Rest des Abends Kopfkino. Hehehe. Gehen geschehen. Kaffee sind wir doch klar. Genau. Und ich hab morgen wieder Berufsschule wieder lustig. Oh. Oh. Da sind die Themen auch auf der hin und rutschert auch immer sehr feuchtäuliches Fleischpeitschen. Hehehe. Nicht nur das. Gehen geschehen? Gehen geschehen? Gehen geschehen? Gehen geschehen? Gehen geschehen? Ach, der rutsche auf. Oho. Jetzt wird's interessant. Das hast du doch heben. Äh. Ne, Lügen. Es werden Verschwörungstheorien und Lügen über mich verbreitet. Hehehe. Schwing dein Ding, ähm, hallo? Genau. Schwing dein Ding. Chinkau aido. Japanischer Pornostar. Ne, schwing nur Ding Dong. Hehehe. Ich kenn den chinesischen Verkehrsminister. Umleitung. Umleitung. Hehehe. Hehehe. Und ich kenn den, äh, chinesischen, äh, Bergsteiger. Hing am Hang. Oh. Hehehe. Okay, danke. Hehehe. Und ich kenn den, äh, Presse, äh, Minister. Zeitung. Zeitung. Hehehe. Und ich kenn den holländischen Jesus. Henk van der Balken. Hehehe. 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 We, wen kennst du? Dutch van der Linde. Dutch van der Linde. Dutch van der Linde. Dutch van der Linde. Hehehe. 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 I'm friendly. On yourogittsري. They found me. They found me. We come, uh, um, uh, to the enemy. Genau. To the enemy territory. And, shoot, uh, him from the, from behind. auch wieder zweideutig ich glaube ich habe noch erwischt ich schließe ihn mal an ehrlich von da wird geschossen genau sei es kniet vor mir war es gibt es dann ich wurde auch erledigt das spritzt sich selbst voll du weißt schon dass ich wieder kopfkino liegt an dir liegt an der naja wie sagt man so schön wer zweideutig denkt hat endlich mir spaß im leben richtig genau eindeutig zweideutig deswegen helfen wir jeden glücklich zu werden genau den stream gesperrt zu kriegen da müssen wir auch zurück in die lobby was ist denn keine ahnung sollen wir ja weil der zeus ist in der lobby so kommen wir mal raus ich habe diese spinne der so unübersichtlich geworden ja für neulinge ist es ein bisschen blöd ja ne vor allem da findet man jetzt eine nadel im heuhaufen schneller als die irgendwie sattel nadel die nadel im heuhaufen ja ja so lege ich mir ein ja leonardo raffael leonardo ist cooler mit seinen zwei schwertern ich kenne das kopfkopf hier wo ist diese scheiß backding alter ich krieg das kotzen noch mit worden hm also so unübersichtlich kann noch kein spinn sein da sieht selbst mein zimmer noch besser aus oh das soll was heißen da soll wirklich was heißen ich weiß welches ja weil diese eigene die familie hier drin war ja nichts ist wichtiger als die familie genau family und bier hm 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 es gibt es gibt ein star wars auto sind die bescheuert ja also das auto ist wirklich nicht schön die machen nur mit allem geld deshalb worden das maulrede alter ich habe das backlink gefunden was ich so nach 10 jahren gefunden habe ist milenium falc als äh backpack geil ja ich habe ihn als weiter ja die figuren sieht voll mies aus ne was ist das für ein skin was da ist predator predators cool ich habe auch irgendwo die spitzhacke aber ich habe jetzt ich kann auch umschreiben star wars schlagzeug das ja auch geil mit helme als drums das lege star wars kinder ist ab 12 13 12 ja stimmt was dann doch warum bin ich wieder nicht bereit was soll das denn komisch oder man werde ich nicht bereit wenn ich in den shop gehe wahrscheinlich komisch das kann sein ja spielersuche fehler gruppe konnte keine verbindung aufbauen jetzt mehr maverick nicht bereit aber du warst weg mein pc ist abgestürzt ich kann gerade nicht aufs bereich ich glaube es ist wieder weg jetzt kann ich bereits klicken spielersuche fehler was ist hier denn los ja aber da findet auch keine keine matches schon zweimal fehlermeldung spielersuche nicht erfolgreich jetzt aber jetzt aber mein vater den zusammengebaut sagen lager fachhelfer hat das was mit bier zu tun binden lager oder so ja hier schauen wir was ich tun wo bist du denn ach da bist du chill kröte oh geil sehr cool was verpackt kuchen gebacken war aber der falsche kuchen hat sich verpackt hallo junger mann junger mann jetzt ist mein vater er hat ihn ja zusammengebaut vielleicht sind auch ein paar schrauben der hat nicht schrauben locker das ist ein kompletter schrothaufen und wenn ich gerne hätte ich einen vernünftigen pc was ist denn dieser blaue rauch da hinten oder fliegen aber einige in die richtung schubacher kann man ja auch anheuern fast cool ich höre schon hat sich unserer sache angesprochen das ist nicht von juic sagt es mal meinem vater wo bist du denn schmeißt weg damit ist die rebellen allianz geschaffen also der chui sieht nicht schlecht aus muss ich gestehen und er hat mir auch gerade eingegeben gut ich höre auto irgendwo nein hallo hallo ich brauche Verstärkungen hier haus hier hallo hallo haus hier hallo oh alter alter was ist denn da los ja ne ich habe keine einzelste Waffe komm hier ich gebe dir wie kann ich denn wie schmeiße ich eine Waffe hin der nehmt sie hinschmeiß x oder so ne ne die Pfeiltaste nach oben Pfeiltaste nach oben ne oder Q Y Shift Alte 4 Ups Achso Alter 4 Alter 4 Oh ne das war Emotes ich habe hier extra eine Waffe eingepackt ja oh hier Tab Tab drücken und Gegenstand fallen lassen hoho geil danke bidi bidi warte mal ich habe auch ein bisschen Saft für dich alles ist gut naja 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 turtle power er will die ich habe ich auch viele rebellen ist genockt was ist denn das für ein gebrülle das ist chewbacca ich kenne es gar nicht ehrlich muss ja die star wars film angucken sind der hammer also die alten am besten einfach nur episode 1 bis 6 kommt wenn dann schon logische reinfolge stimmt ich hab was für dich das ist ein selbst zusammengebauter pc holen holen selbst zusammengebauter schrotthaufen ist das so sowas habe ich keine nerven und in der infobox steht drin was alles verbaut ist und ich vermute mal das mein wort ist für den arsch da gehört es aber nicht hin ich dachte nicht im arsch sondern für den arsch also mehr so länglich und dick wer schießt hier ich bin ja nicht masochistisch deswegen ist es ja nicht immer ich glaube da ist gerade ein auto in die luft geflogen ja oder bist du leise auf einmal geil alter batman im bauch keine ahnung ob ob zeiss verliebt ist deswegen weiß ich nicht ob er schmetterling so nicht junger mann einfach unsere party crashen hier möchte bot tanzt schüsse du wirst gerade immer leise als häuschen schüttel ich habe viel munition mitschel was ich bin auch stabil okay was machst du denn Sexy. I am sexy and I know it. To walk with a shirt. I am too sexy for my shirt. I am too sexy for my shirt. I am too sexy for my shirt. Alter, was aussieht. Letzte Woche. Passt so, ne? Ja. Auch mit den langen Haaren, ne? Ja, irgendwie ja. Und die Netz-Klamotten. Was hab ich denn noch? Frederico. Lalalalalala. So, eigentlich muss man ja in die Richtung. Ja, warte. Oh. Was ist das denn? Weil wenn das mehrere als die Mut nehmen, sägen sogar mehrere mit, ne? Aber geil. Ich bin mal kurz auf Toilette. Alles klar. Ja. Aber auch in die Toilette. Nicht daneben. Genau. Und wenn's gut aussieht, schick ein Bild. Oh Gott. Ja, in der alten Firma haben wir uns da öfter mal was hin und her geschickt. So genau wollte, wie das, was eigentlich in der Firma bleibt, ist, bleibt doch da. Ja, genau. Da kommen glatt die weißen Schmelderlinge wieder da. Achso, sollen wir mal warten, bis... Ah. Der Maeve kommt nicht wieder. Ich wollt's grad sagen. Der ist ja gar nicht mehr drin. Hm. Ausgemacht. Ausgemacht. Ich war saul. Oh, Schüsse. Shoot me. Hier wird gekackst. Hm. Ich geh kacksen. Um 12 Uhr wird's zurückgeschossen. Piu. Piu. Ach, Gott. Jawoll. Noch einer. Komm. Du darfst auch sterben. Gar nicht soweit. Aber hin. Ach, Gott. Jawoll. Noch einer. Du darfst auch sterben. Das hat ja mein... Schwitz. Wir waren ganz brav. Äh. Ja, was haben sie denn geschrieben? Aua, 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 aua. Ich brauche Verstehung. Ich brauche überall reale Verstehung. Das hat niemand mal angenommen. Äh. Who's next? Hier kann jemand die Karte durch den Schlitz ziehen. Äh. Durch den Schlitz. Oh. Ein bisschen belegt. Warte mal. Ah. Wollte ich noch nicht. Gib mir mal der Waffe wieder. Warte mal. Nö. Aber das ist doch gute Unterhaltung für die Community. Ja, eben. Außerdem kann jeder sein Sänfter. zu denken. Hm. Oder die weiße... Oh. Oder die weiße Joghurt-Creme. Mhm. Oder die Spezial-Döner-Soße vom Döner-Wach. Ich... ich wollte es auch gerade sagen. Sag ich nicht, Starrdaster. Oh. Denn auch noch im November, wenn die Spezial-Soße nicht mehr da ist. Mhm. Ja. 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 Das gibt einen. Ich bin gleich wieder da. Genau. Oh Gott. Wie der... der Techno-Wikinger. Dieses Meme. Der muss sich noch ein Wikinger-Skinn aus. Ja, genau. Aber der Demote habe ich auch, ne? Ja. Ehrlich? Mhm. Warte, warte, hier. Ein bisschen Entspannung. Oh. Oh cool. Martin, da schläfst du hier ein. Das habe ich in der Reha gemacht. Das war echt geil! Ich könnte auch das hier machen. Bisschen Blasen. Blasen. Bisschen Blasen-Shirt. Mhm. Kann ich hier mitspielen? Oh ne. Doch, ja. Cool. Das wird das epischste Duell. Extra Chili Soße auf den Döner. Das soll angeblich mega sein. Ja, das gibt Tinte auf der Fülle. Ja. Kann mal gucken, wo ich den im Ode hab. Star Duster fragt, ob alle am 17. nach Berlin zu Planet gehen. Nee. Dieses Mal nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Wo hab ich den? Life is the Planet? Ich hab auch ein paar Glöckchen. Ja, die kenn ich. Hier, zwei Glöckchen. Deine Glocken kenn ich schon. Äh, welche Glocken? Zeusses Glocken. Bei Michel. Die kennen wir doch schon. Die zwischen den Beinen. Äh, was? Er spielt mit seinen Glocken. Oh, Achtung. Achtung. Wie geil. Hey, du hast das gesagt, dass es da draußen geht. Der Techno-Wikinger. Ja, ja, genau. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn da? Was ist denn da? Hier, schon im Disco. Hm, Saturday Night Fever. Sollten wir weitergehen. Ey, Bruder ist direkt bei mir. Ja, jetzt, jetzt müssen wir los. Bevor die Ritze ankommt. Die Ritze? Was ist die Ritze? Bevor die Sturmschmetterlinge aufsaugen. Hm, hm. Die, die Sturm-Puppler. Ja, aber wenn der andere saum ist. Da ist wieder irgendwo Schießerei. Ja, da wird scharf geschossen. Pew, pew, pew. Das ist bestimmt so. Äh, scharf geschossen. Hm, hm. Mit Chilis. Ich schieße gerne scharf. Die armen Schafe. Das Schaf. Warte ich auch gerade sagen. Aber ich hab bisher noch nie getroffen. Zeit um einen Gedanke. Genau. Ich esse gerne Schafe geschossen. Ich esse gerne Schilikon Schaf. Oh, ja. Okay. Auf der Insel wird scharf geschossen. Ihr Mörder. Pew. Wir stürmen die Insel. Klingt gut. Das Problem ist ja nicht das Hochkommen, sondern das Runterkommen. Dann holst du dir einen hoch. Ja, genau. Äh, dann brechst du gerade vom dritten Bein. Da drüben ist einer. Ja, ich hör auch was. Ah, hier, zwei. Ich hab den hier schon gelockt, der hier drüben war. Ja. Achtung. Ja, ich hab dich gemacht. Boah. Noch einer. Scheiße. Alter. Er war uns. Er wollte mich echt. Aber da. Oh, 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 oh. Gude fuck. Boah. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, ich wollte dich gerade wiederbeleben, Korpus. Verdammt. Kleinen Korpus hört man auch von weitem. Hey, Bot. Helf uns. Nein. Was ist das? Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ein Korpus. No, no. Das gibt eine Ritze. Oh, das wird verdammt eng. So. Und los. Ah, ich wollte das Ding mitnehmen. Lauf, schnull, lauf. Oh, komm, ich hab ich nicht. Ich schaff's auch nicht. Pass auf, pass auf. Nicht ohne große Belust. So, weiter. Ich beobachte gerade Mischl. Oh, komm. Und ich werde von Korpus aus gespielt. Oh, ho. Weiter, komm. Oh, ist das weit, Alter. Das schaffe ich nicht. Oh, guck mal, gar nicht mehr weiter. Verdammt, Alter, verdammt. Komm, komm. Kommt schon, kommt schon. Nein. Nein. Digga. Verdammt. Und zurück zum Ziel. Zu Lobby. Ihr Lobbyisten. Ich versuche, wenn ich die Halte-Fortline-Tradition noch zu bewahren habe. Ich war früher nur in die Lobby konnte. Ich hatte Mops. Ja, geil. Coole Augen. Mops. Ich stehe ja auf Möpse. Achso, die Mops. Ich habe jetzt was anderes. Du stehst auf Möpse. Und wenn es zwei Mops sind, dann sind es Möpse. Ja, da kann man schön mit den Spielen. Ja. Kannst du noch ein Knochen zwischenstecken. Ihr wisst schon, dass ich schon die ganze Zeit Kopfkino habe. Wir helfen dir und deinen Zuschauern doch immer gerne. Genau. Allzeit bereit. Ja. Immer gern. Wir helfen. Immer wo es geht. Richtig. Oder hier. Ein schöner glibbriger Fisch. Geht doch nichts über einen glibbrigen Fisch, der auch so riecht. Der riecht bestimmt auch so. Ja. Und dazu noch eine Banane. Ja, eine geschädelte. Ein Schmitzer unterwegs, ehrlich. Ein Schmitzer. Oder hier auch noch ein Bananensaft. Oh, was ist das denn? Geil. Hier, schau mal. Auch schön geschüttelt, aber nicht gerührt. Okay. Oder hier. Der alte, graue Mann. Sieht aber cool aus. Ist auch der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Ah, daneben. Ho, ho. Oh ja, hier. Sehr viel Gummi. Mhm. Ähm, sehr viel Gummi. Kann man jetzt auch. Das sieht auch geil aus. Können wir wieder anschauen. Weiß gern nicht, ob ich den hab. Den Skin. Ich spiel wirklich nur mit Profil. Ich spiel wirklich nur mit Profil. So, Banzai. Hm. Ach ne, ich kann nur den aus... Banzai Namco. Gibt mir ne A6N Zero. Und ich mach Kami Katze. Kami Katze. Ich wusste gerade sagen, ja. Kami Katze. Wenn ich mal ne Katze hab, dann nenn ich die Kami. Also wenn du mal ne beharrte Muschi hast. Ja, genau. Ja, warte. Da kommen gleich die Schmellerlinge. Oh, hier. Raus aus dem Bauch. Wieso da eigentlich ne Rüstung aus Verkehrsschildern und, äh, Nummernschildern? Magie. Auf der Suche nach dem goldenen Kind. Ich dachte, äh, auf der Suche zur Pension zum Hälzern und Löffel. Der Funo ist raus. Äh. Sonny, wenn du einen Link reingepostet hast, äh, wird das nicht gepostet. Warum ist das ein Link zu der Schmuddelseite oder was? Nö, ich hab generell, äh, das, äh, das, äh, das, äh... Hier, kannst du das auch mischen? Hm? Hast du auch so ne geile Tatung? Das sieht cool aus. Kann ich dir verpassen? Ja. Also können dir deine Follower gar keine Bilder schicken? Jetzt musst du die Waffe ausrüsten. Oh ja, stimmt. Also, äh, ja. Das ist ja cool. Cool aus? Ja. Oder Menschen draussen. Aber, dass die Schwung deliverier sind. Undutos ober�は дом. Hast du flight tutoring. Hast du einenühlbawen? Ja. Hab dich jä nå. Hast du ein Tier? Untertitelung des ZDF, 2020